Friedhelm Hengsbach S.J. ist ein deutscher Ökonom, Jesuit und Sozialethiker. Leben Nach dem Abitur trat er 1957 als 20-Jähriger der Gesellschaft Jesu bei und studierte 1959 bis 1962 an der Ordenseigenen Hochschule für Philosophie München. Von 1962 bis 1964 absolvierte er ein pädagogisches Praktikum im Bühren. Von 1964 bis 1968 studierte er katholische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen und von 1968 bis 1972 Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. 1967 empfing er das Sakrament der Priesterweihe. 1977 wurde er mit einer Arbeit zur Frage der Assoziierung afrikanischer Staaten an die europäischen Gemeinschaften promoviert, 1982 habilitierte er sich mit einer Schrift zum Thema Arbeitsethik. Von 1977 bis 1982 war er Lehrbeauftragter, von 1985 bis zu seiner Emeritierung 2005 Professor für christliche Sozialwissenschaft bzw. Wirtschafts- und Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main. Er leitete von 1992 bis 2006 die Kasekunden-Nell-Bräuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik. Seit 2008 lebte er in Ludwigshafen am Rhein und gehört der Jesuiten-Kommunität im dortigen Heinrich-Peschhaus an. Hengsbach ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attasch. Wirken Hengsbachs Arbeiten kreisen um die Themen Zukunft der Arbeitsgesellschaft, Verbindung von Erwerbssystem und sozialer Sicherung, politische Wirtschaftsethik und die Theorie demokratiefähiger Marktwirtschaften. Hengsbach hält regelmäßig Vorträge und ist ein gern Gesehener Gast in Diskussionsrunden. In seinen Schriften kritisierte Hengsbach stets die auf politischer Ebene getroffenen Maßnahmen gegen die steigenden Arbeitslosenzahlen. Der CDU-geführten Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl hielt er vor, durch Entlastung der leistungsstarken und Sozialabbau die soziale Spaltung der Gesellschaft zu verstärken. Er forderte, dass die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr allein über die Erwerbsarbeit der abhängig Beschäftigten finanziert werden sollten, sondern auch durch Einkommen aus Unternehmer-Tätigkeit und Vermögen. Er sprach sich stets für Arbeitszeitverkürzung und eine Neuverteilung der Arbeit aus. Mögliche neue Arbeitsstellen sei er bei den personennahen Dienstleistungen und im umweltgerechten Umbau der Energiewirtschaft und der Verkehrssysteme. Auch die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder und deren Reformen wurden Ziel seiner Kritik. Die von der Politik genannten Ursachen für die schlechte Situation am Arbeitsmarkt wie Globalisierung, demografischer Wandel oder hohe Lohnnebenkosten ließ Hengsbach nicht gelten und bezweifelte, dass durch die Reformen Arbeitsplätze geschaffen würden. Im Oktober 2010 war er mit Initiator der Initiative »Vermögensteuer jetzt«, die sich für die Wiedererhebung der Vermögensteuer in Deutschland einsetzt. 2011 bezeichnete er die Arbeitsmarktpolitik der Regierung in der vergangenen 30 Jahre als völlig verfehlt. Sie sei gekennzeichnet von einer völligen Demontage der solidarischen Sozialversicherungen und einer Entregelung sicherer Arbeitsverhältnisse. Die Regierungen seien schlicht vor der Wirtschaft eingeknickt und hätten dabei die Maßstäbe der Sozialethik vergessen. Von der Amtskirche seien hier kaum positive Impulse zu erwarten. Die Mächtigen in der Kirche suchten den Schulterschluss mit den Mächtigen in Staat und Wirtschaft. Die Kirche agiere zudem am Arbeitsmarkt wie die Industrie und verstoße gegen das gemeinsame Wort der Kirchen. Auszeichnungen 1998 Gustav Heinemann Bürgerpreis 2004 Regine Hildebrandpreis für Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut 2006 Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte der Humanistischen Union Marburg und des Magistrats der Stadt Marburg 2010 Walter und Marianne Dirkspreis des Frankfurter Haus am Dom und des Hauses der Volksarbeit Schriften Die Assoziierung afrikanischer Staaten an die europäischen Gemeinschaften Eine Politikraum wirtschaftlicher Integration mit Matthias Möhring-Hesse Aus der Schieflage heraus Demokratische Verteilung von Reichtum und Arbeit Zweite Auflage Die Zbun 1999 ISBN 3-800012-02780 Die Andern im Blick Christliche Gesellschaftsthetik in den Zeiten der Globalisierung Das Reformspektakel Warum der menschliche Faktor mehr Respekt verdient Herder Spektrum 5544 Zweite Auflage Herder Freiburg I. BR Das Proletariat In Werner Sombat Friedhelm Hengsbach S. J. Das Proletariat S. 91-207 Metropolis Marburg Ein anderer Kapitalismus ist möglich Wie nach der Krise ein Leben gelingt VAS Verlag für Akademische Schriften Bad Homburg 2009 ISBN 978-388864-4603 Gottes Volk im Exil Anstöße zur Kirchenreform 2011 Publikforum Verlag Die Zeit gehört uns Widerstand gegen das Regime der Beschleunigung Teilen, nicht töten Westend Verlag Frankfurt am Main 2014 10.128 S.